Aufnahme starten! Hallihallo! Hallihallo! Ich bin zu einer Runde... Froh... Junior. Das ist so... Ich bin die Jüngste, also fang ich an. Ich zahle eins... Ich zahle eins... Okay, dann gib mal eins. Jetzt setz eine Marke dahin, damit wir wissen, dass es deins ist. Zack, genau. Perfekt. Ich finde, irgendwie auch die Ereigniskarten hat der Typ, die... Also die Ereigniskarten, die Mietkarten halt. Die gibt es irgendwie nicht. So, ähm... Die Ereigniskarten sind doch hier in der Mitte. Ja, nein, ich meine die Karten für die Hallihallo-Motels und so. So, Tobi, mach los, du bist. Ja, was soll ich jetzt machen? Würfeln! Hier ist der Würfel. Der Wunderwürfel. Da! Ich habe gewürfelt für dich. Eine 4! Eine 4! 1, 2, 3, 4! Was kostet das? 1 Dollar. 1 Dollar? 1 Dollar! Hä, wo steht das, was 1 Dollar kostet? Ganz unten, da. So! Gib mir den Dollar, hier. Nein, was machst du? Wo? Da, hier, auf dem Haufen. Hier, da, wo die Ereignis sind. Willst du auch einen Haufen machen? Ja. Und dann setzt eine Marke da rein. Also noch ein Furzen. So eine. Genau. Zack. Pack die da hin. So, ich bin... Was habe ich? Eine 5. Wo bin ich? Ich bin Elsa. Ahaha. Ich bin einfach hot. Geil. So, ich zahle auch einen Dollar. Dann hatten wir dann auch... Er ist nicht hot. Was? Achso. 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 So, hier ist er dran. 3, 1, 2, 3. Ja, gut. Alter. Genie steht auf mich. Was muss ich dir jetzt geben? Weiß ich nicht. Nimm mal einen Dollar, oder? Boah. Gib mal her, den Lachs. Ja. Wahrscheinlich einen Dollar. Kommen wir auf 2. Da. Da. Also nehme ich... Der, der kein Geld mehr hat, hat verloren. Ach, echt? Ja. Genie hat verloren. Mann. So. Tobi, das kommt. Mach dich nicht. Tobi, das kommt. Tobi, das kommt. Achso, ich schummeln wieder. Eine 3. Ah! Da wollte er schummeln und wollte die 6 Würfel. So. Was kostet das? 2. 1. Ich will den Würfel... Nein. Ich komme nicht an den Würfel. So, jetzt. Und... Merk's schön. Yeah. Und ich würfel eine 2. Ach, fuck, Alter. Und 2 Dollar an Tobi. Und 2 Dollar an Tobi. 1. 2. So. So ein geldgieriger Bastard. Ich kann mich da gar nicht... Und ich... Ne 6. Alter, ich kann mich da nicht hinstellen. 1. 3. 4. 5. 6. Das kostet... 2 Dollar. Die zahle ich doch. Kauf es dir, du Bitch. Was passiert bei Freiparken? Okay, gar nix. Alles gut. Bis bis. Ach, da musst du zahlen. So wie du bist. Kannst du vielleicht auch mal anständig würfeln? 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe eine 4. 1, 2, 3, 4. Das kaufe ich mir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und die Märkchen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Notехst Cast. Wer der ende öffnet? Alles als presse Spe �al zuptionanim Large. 1, 2, 3, 4. Frau Schuss daar niet. 1 coisas. 1, tX. 2, mettre Betty. 1, 1 не. 2, 3, 4. 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 4. 3, 5. 4, 5. Schein. Ja, aber sie war ja davor, also sie war ja hier, also wäre das nächste... Also wenn wir reintötig davon ausgehen, Elsas Eispalas. Ja. Fünf Money. Nein, jetzt ist es da nicht oben drauf. Guck, das war umsonst. Ja, ich weiß. Ja, aber Tobi meinte ich nicht. Nein, was machst du? Wo ist die Karte jetzt? Nein, pack die Karte einfach hier umgedreht. Zack. Lass den da. So. Ist ja gut. Wer ist dran? Tobi, ne? Oder bin ich? Ne, ich. Tobi. Okay, Tobi. Zack. Tobi, würfel doch mal anständig. Der hängt plötzlich in der Luft und dann ist er so abgesackt. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf. Nein, da will ich nicht hin. Kann ich da hin? Nein, du musst da hin. Hä? Eins, zwei, drei. Achso, ja. Ich hab ne fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, Sommer. Halt, was kostet das? Drei. Nämlich. Eins, zwei, drei und das Mäckchen. Äh, Gott, Alter. So schlecht schon noch. Ja, ne? Warte. Drei, vier, fünf. Hä? Wieso sitzt du dann Maki? Das meinte ich doch. Ah, nur Genie will betrügen. Also, du musst ein Dollar zahlen, damit du rausgehst. Ja. Was machst du da jetzt für ein Ereignis? Ja. Wir haben genommen, gehen ins Gefängnis, rücken nicht auf Floß, nimm keine... Ah, siehst du, wenn man auf Floß geht, kriegt man zwei Dollar. Ja, das weiß ich. So. Hä? Scheiß drauf. Hä, was ist das denn für eine Fappkarte da? Wer ist jetzt? Ups. Du? Du. Genie ist ja auch im Knast. Hast du einen Dollar gezahlt? Hey? Ja, für den Wärter. Wieso soll ich schon wieder zahlen? Ja. Damit du vom Knast rauskommst. Wieso nimmst du mir mein Geld weg? Wo ist jetzt der Würfel hin? Da. Da, vier. Eins, zwei, drei. Oh, ja. Da hast du. Und da hast du noch einen. Äh. Eins. Und zwei. So, ich bin, ne? Wo ist der Würfel? Alter, man wird hier noch schon wieder betrogen von uns. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Eignis! Woo! Du hast etwas Eis verkauft. Nimm zwei Dollar von der Bank. Okay. Ja, schuld. Nimm zwei Dollar von der Bank und gib sie mir. Ich soll mir zwei Dollar von dir nehmen? Okay. Na, das war. Ich zahle jetzt einen Dollar und... Ist okay. Eins, zwei, drei. Eignis! Alter, ja, genau. Gratisfeld. Alter. Das nächste ist ja das hier. Gratis wieder, ne? Ja, das ist eine Gratis-Karte. Alter. Das ist zum... So. Halt. Lass mich... Ach, wie toll. So. Tobi, du bist. Sag mal. Der schummelt doch hier mit dem Würfel. Oh, Mann! Eignis! Eignis! Oder nicht? Du hast doch hier. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, okay. Ja, gut. Drei Dollar. Danke. Doch nicht da rein! So, bitte. Mensch, du... Wow, ich hab sechs gewürfelt. Ich darf nochmal. Falsches Spiel. Ja, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, das kaufe ich mir und ich krieg zwei Dollar. Also, nehm ich nur einen Dollar von der Bank und setz einfach da nur ein Märkchen. Ah. Was ist denn das für ein Kack? So. Die Spielfigur ist also nicht so fett. Ja, wo bin ich? Da. Ach ja. Wenn die Queen jetzt ein Spongebotiv nehmen können... Ey! Du bist schon wieder im Knast. Mensch, Schatz, was machst du denn da dauerhaft? So. Bis. Tobi ist. Vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier Dollar und du kriegst das Schluss. Oh, Emma. Herr, dann wird hier. Eins, zwei, drei und vier. Scheiße, ich hab mir noch zehn. Ups. Ah, fuck. Das hätt ich wirklich mal. Was ist das? Kaufe Chris auf einen neuen Schlitten, zahle zwei Dollar an die Bank. Was? Rostov, wir müssen rein. Was sind das da für Karten? Achso. Ja. Was war das? Zwei Dollar, ne? Ja. Okay. Hä, was ist das hier? Das ist Anna. Hä? Nein, sorry, sorry. So. Jetzt passt's besser. Alter, was machst du da? Jetzt, wer ist? Genie, oder? Geh ich. Mit einem Würfel. Nee, ich bin noch, Mann. Weg. Geh schon, ey. Und zwei Parken. Hab schon. Achso. Würdest du mal aufhören, meine Figur zu bewegen? Entschuldigung, wollte ich dir nur helfen. Ich brauche keine Hilfe. Ja, fünf Dollar an Genie. Ey, meine Hand war weg. Fünf Dollar an Genie. Alter. Drei, vier, fünf. Oh ja, das nehme ich doch gern. Hui, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei. Was macht der? Mein Geld klauen. Ich habe 23. Ich weiß es. So. Wer ist nach mir? Genie, oder? Manu. Sag mal, was macht der da? Hey. Tobi, du bist. Jetzt würfel du die Würfel. Oder ist es Genie? Nee, Genie ist. Halt, warte. Genie ist. Ey, ich bin doch. Genie hat doch ihn. Nee, ich habe gerade. Achso. Da. Wo ist die Würfel? Da. Oh Mann. Das ist es. Drei. Ereignis. Alter, wie der Grabesfeld wetten. Oh, nee. Drücke fünf Felder vor. Alter, was? Alter. Drei, vier, fünf. Ja. Hast du den Robi vorhin gekauft? Nein. Nee, das ist da nebendran. Nein, im Winter. Ich habe vorhin geguckt, aber... Nee, irgendwas mit Schloss. Nee, er hat im Schloss gekauft. Ja, er hat seine Marke da nicht gesetzt. Achso. Oh, Entschuldigung. So, dann. So. Zwei, drei, vier. So, da fliegt jetzt endlich mal. Ja. Da muss der scheiß Würfel hin. Ja. Echt jetzt. Nein. Das soll doch hoch. Kannst kaufen. Aber dann bist du pleite. Das kannst du gar nicht kaufen, sonst bist du pleite. Bist du tot. Dann nehme ich einen Kredit auf. Nein, ich glaube... Nein, du kannst das kaufen. Weil du musst ja keine Miete zahlen. Doch, du kannst das jetzt kaufen. Ja, dann... Ja, los. Zeig ich. Zeig ich alle. Wenn du halt jetzt auf ein Ereignisfeld kommst, wo du fünf zahlen musst oder so, bist du halt am Arsch, ne? So, ich bin... Mach deine Marke dahin. Zumindest kriege ich gleich noch zwei. Kobi deine Marke. So. Frei Dollar. Schatz hier. Bitte sehr. Du bist dran. Machst du nämlich doch gern. Ja, ja. Drei. Da. Oh nein. Ja. Funder. Funder mit, Alter. Geil. Halt ich jetzt mal mit. Ja, warte. Ich helfe auch mehr. Tobi, hör auf jetzt. Würfel lieber. Du bist. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder? Wo ist denn der Wursch? Der Ching, lieber. Oh. Nee, das ist meine Spielfigur. Na? Was vorzusagen? Kleiner Hunde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich krieg zwei Dollar. Ja, hier hast du noch einen. Zeig. Dann will ich noch einen. Ich bin dran, ne? Hups, wieso macht ihr das jetzt nicht hier? Alle. Das brechen ich ja auch. Huuuuh. Was ist das? Scheiße. Oh. Ja, ich krieg einen Dollar. Huuuuh. Das schiebe ich dir sonst wo hin. Tobi, ich glaube, wir haben einen Dollar. Danke. Hä? So eine Ereigniskarte. Ich weiß nicht mehr, ob ich drauf stand. Ich hab versucht, den Einer da rein zu ziehen. Zwei, drei, vier. Oh, nee. Was? Ein Dollar. Ja, was machst du da? Ich will mir das angucken. Achso. So. So. Tobi, du bist. Ja, jetzt. Zahlt ihr auch an mich? Ja, ich hab dir grad einen Dollar hingelegt, du Depp. Habe ich auch mal. Ja, aber ich krieg noch zwei, weil ich über losgegangen bin. Oh, scheiße. Und der Würfel ist weg. Der Würfel nochmal. Würfel mal anständig, Mensch. Yeah. Fuck. Zwei Dollar. Uh, yeah, yeah. Super. Ab zur Bank, würde ich sagen. So, bin ich. Mhm. Ja, vier. Ja. Vier. Verdammt. Vier Dollar. Was, vier Dollar? Mhm. Alter. Wollte mich verarschen. Was? Wieso krieg ich jetzt vier Dollar? Weil ich nicht auf deinem Platz bin, weißt du? Ich krieg einen Dollar von Genie. Hast du das jetzt schon genommen? Nö. Wollte ich erst mal, dann sag ich da. Oh, ich war auch mal mit ihm zu wuseln. Entschuldigung. Scheiße. Oh, jetzt muss ich auf mein eigenes Feld. Ab ins Knast. So, warte, warte, warte. Gratis Feld. Yeah. Hellblau. Ja. Wo ist hell? Gibt es nicht mehr. Wo ist es? Da. Entweder. Ja. Was steht denn da sonst noch? Ja, nix. Wenn du es noch nie magst, gehst du es gratis. Wenn nicht, zahlst du dem Besitzer die Miete. Ja. Oh, hab ich noch mal schweig. So. Oh, fuck, Alter. Ja. Ja, okay. Nein. Oh, mein Gott. So. Tobi, du bist. Ich bin dran nach dir. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung. Voll dich. Wieder mal mein Lieblingsort. Im Knast. Geil. Ja, ich krieg einen Dollar von Tobi. Yeah. Zack. Nein. Jetzt lass doch mal die Griffe vom Geld anderer. Genau. Ihr braucht mir zu lange. Hä? Ich bin doch dran. Tobi, was machst du da für einen Scheiß? Was ist das jetzt für fünf? Du, 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 da. Oh, ich krieg noch zwei Dollar für dich. Hä? Manu? Was? Hast du jetzt eben vor mir gespielt? Nein. Nee. Aber ich bin dran nach Manu. Ja, aber ich war ja eben nicht dran. Wieso? Doch, natürlich. Du musstest doch hier hin und im Zahn. Eben. Du hast doch nur nur eins gewürfelt. So, ja. Zwei. Drei. Ich meine, das ist wert, dass man für sich schmilzt. Du kommst aus dem Gefängnisfreibehalt. Ah. Gefängnisfreibehalt. Oh, knack, knack, knuck. Warte mal, krieg ich sie? Tobi, du bist. Jetzt mach. Ich mach auch einen Dollar. Was? Nur einen Dollar. Eins, zwei, drei, vier. Mensch, hau ab da. So. Oh Gott, steht er? Lass es los. Rücke vor bis auf los. Alter, warum? Alter, geil. Tobi, du hast alle 15 Karten genommen. Du Vogel. Da, da ist deine Karte. Hä? Am Arsch. Nein, das war, guck mal. Du hast den ganzen Stabeln genommen. Ja, dann gib ihm doch die Unterstunde. Nein. Jetzt nimm ich die obere. Sag mal, hä? Sag mal, was macht ihr da für einen Scheiß? Hallo. So, welche Farbe war das jetzt? Rot oder was war das? Ich hab gemischelt. Fertig. War das jetzt rot? Okay, jetzt nimm zwei Dollar. Alter, nimm zwei Dollar. Aber ich bin gratis, Feldhahn. Boah. Ja, hast du Pech, wenn du es nicht richtig machst? Ach, echt nicht doch. Bin ich? Bist du? Du. Okay. Zwei. Was ist das nochmal gewesen? Frühling liegt in der Luft. Ah, Gefängnis. Gefängnis. Gut, danke. Ich bin zwischen den Zehen ablocken. Sechs, eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Hallo? Umarmung, jeder gibt dir einen Dollar. What? Was? Was ist? Wir kriegen einen Dollar. Von wem? Von euch beiden. Oh, Alter. Geilgeist mischt. Alter, muss es ja sein. Zwei. Und ich kriege einen Dollar. Oh, wie kackt. Wo hast du? Ha, ha, ha. Ach, du hast. Drei. Nur zu besuch. Schade. Vier. Vier. Zwei, drei, vier. Oh. Eins, zwei, drei, vier. Ja, immer her damit. Und zu mir sagen, ich bin Geldgeil. Ja, ne? Eine, zwei. Warte mal, wo steht die überhaupt? Ach da. Da. So, ich bin, ne? Mhm. Ich. Vier. Eins, zwei, drei. Vier. Oh, nee. Money, money, money. Ja, siehst du, Geldgeil ist. Das war gerade der Richtige. Sechs. Ne, ich bin nicht Geldgeil. Ich habe Geld nuttig. Zwei, zwei, vier, fünf, sechs. Einmal. Ja. Tobi-Tobi ist, oder? Ups. Eins. Ja, ich kriege einen Dollar von dir. Ja, wo stehe ich denn jetzt? Ja. Auf mein Feld. Vier. Moment. Zwei, drei, vier. Ja, das kaufe ich mir. Was muss das? Drei. Eins. Zwei. Bereit. Äh, Marno? Ja. Du hast eben den einen Dollar, die ich dir schulde, auf die Stapel gepackt. Ja. Weil ich die Straße gekauft habe. Nein, ich habe die Straße gekauft. Ach so, ach so. So, Gene, jetzt mach doch mal hin in A. Eine Gelbe ist noch da. Zwei. Drücke vor. Ist auf Elsas Palast. Uh, meine Karte. Boah. Tobi, hier. Nimm den Würfel. Ja, ich krieg zwei Dollar. Uh, uh, komm, ne drei. Ich will. Ja, sechs. Ein, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Nein. Sag mal, hast die, hä? Hast die drei Dollar jetzt auf den Ablegestapel gemacht, oder? Ja, hier ist woanders. Ja, ich wollte gerade sagen. Genie, wie viele kriegst du? Vier? Ja. Ich wollte gerade sagen, ey. Ne fünf. Äh. Darf ich eins vorholen? Nein. Drei krieg ich. Hä, warst du nicht bei meiner gestanden? Ne, auf meiner, oder nicht? Okay. Hier, hier, genau, hier. Äh, okay. Ist okay. Gut. Bin ich? Ne, Genie, ne? Oder ich? Nein, nach Tobi bist du. Okay. Ja, sorry. Oh, nee. Wie viel kriegst du? Fünf. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Alter. Juuu. Wenn ich kein Geld mehr hab, ne, dann hat Genie gewonnen. Hey. Warte, ich stell mich mal da hin, ne? Drei. Eins. Zwei. Drei. Doch, weil Genie die meiste Kohle hat. Sechs. Alter. Oh, Alter. Alter. Was ist da? Auf Null. Wie geil. Eins, zwei, drei, vier. Gott sei Dank, meine Straße. Klasse. Da steht mir vorbei. Nein. Nein, du hast noch einen Dollar. Hast du einen? Ja. Doch, er hat... Nein, ich hab doch schon fünf genommen. Hä? Du hast noch einen Dollar. Hast du ja nicht noch? Ich hatte doch. Nein, du hast den vereinzelt nicht richtig auf dem Haufen liegen gehabt. Ah, okay. Ja, dann hast du noch. Wer ist er? Ich hab. Du bist, oder? Hans. Ja, ich krieg einen Dollar von dir. Tobi, würfel. Ich hab ein bisschen beschleuner. Da solltest du jetzt nicht hin. Drei. Oh, nee, ne? Also, wie viel kriegt Genie? Ein du und ein Genie. Nee. Wie? Hä? Doch, du bist doch überlos. Muss ich zahlen? Ich dachte, zwei. Nee. So, hier. So. Ich bin, ne? Mensch, nimm doch mal den Christoph hier weg. Meine Fresse. So. Ja, das ist gut. Eins. Eins. Eignisfeld. Juhu. Gib diese Karte Olaf uns hier eine neue. Olaf, in deinem nächsten Zug rückst du auf irgendein freies Feld und kaufst es. Wenn alle Felder schon verkauft sind, kaufst du ein anderes Spiel 1 ab. Was? Alter. Alter. Alter, was? Okay, du. Du ziehst. Warte, warte. Warte, ich werde nicht mehr lesen. Hey, nee. Ja, nein. Genie. Warte mal. Du musst da jetzt hin. So. Genie muss eine neue Karte ziehen. Oh, was? Genau. Genie muss eine Karte ziehen. Grün und orange. Ja, musst du halt. Hä? Nein. Du musst da hin. So, und Tobi, Tobi muss jetzt vorwandern auf das letzte gelbe. Ja. Und das kaufen. Drei Dollar. Wie viel kostet das? Drei. Drei Dollar. Kannst du gar nicht. Geil. Hast du jetzt verloren? Warte mal. Ja, nee. Er kann es ja dann versteigern im Normalfall. Ja, wenn ich in dem Spiel. Nee. Er ist bankrott. Und somit hast du gewonnen, weil du das meiste Geld hast. Wie geil. Schatz, hast du ihn wirklich über der Karte bankrott gemacht? Weck auf. Wie geil. Oh, wie geil. Oh, geil. Was? Ich habe gewonnen. Oh, mein Gott. Wie geil. Okay. Tobi? Bist du gar nicht mehr drin? Es bin leider abgedüst. Also, abonniert den Kanal. Rümmt die Glocke. Daumen nach oben. Und kommentiert. Und haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.